hallo und herzlich willkommen zu einem neuen train simworld 2 video freut mich dass du wieder eingeschaltet hast und heute fahren wir den depot dienst auf der neuen strecke lgw mesiterranee 40 minuten das ganze dauern 1 von 5 schwierigkeit absolvieren sie die morgendlichen aufgaben in marseille und kümmern sich um alle züge die auf der strecke gebracht werden das ganze am 15 sechsten spielt das 2020 um 5 30 am technik center provence alp code d'azur wir sagen wir beginnen einfach mal willkommen im depot von marseille heute wurden sie mit dem rangier dienst beauftragt sie werden die für den betrieb benötigten züge ab wird sie fertigen die für den betrieb jetzt benötigten züge ab steigen sein um zu beginnen dann steigen wir mal ein das ist so leise nicht boah dieser kack wackelkontakt der kein wackelkontakt mehr ist sondern schon keine ahnung whatever dass man sich wieder reinsetzen muss um sich umzudrehen ist auch wieder so eine geile sache machen wir die hilfsbatterie an ich verhalte gerade so gut wie gar nichts dabei habe ich schon versucht das mögliche zu bekommen aber es ist halt immer noch fucking leise und nehmen wir auf normal kann was bei uns setzen dann den leistungsschalter an leistungsschalter schließen dann halten wird die bremse ort machen der brose die notbremse ziehen die neutrale bremse anlösen die notbremse wieder bedienen wir die neutrale bremse legen an lösen die bremse dann hat immer die zugbremse wer da bis der hallo ich habe wohl die falsche richtung genommen dann stellen wir die richtungsschalter wieder auf vorwärts nein das war der kombi hebel gehen in die manuelle steuerung in die bremse noch dieser zu fahrbereit ist bringen sie ihn in den bahnhof von marseille dann machen wir das doch mal hier müssen wir die 30 hier stehen vorbereiten ein gäst zumindest haben wir schließlich 40 bei diesem szenario haben wir eine menge zeit um eine menge sachen machen zu können so nicht zu schnell werden noch einmal mit 20 km pro stunde den ersten tgw duplex des tages sehen wir hier heute einfallen sollen fahren wir ein oh apropos 4.000 punkte können wir bekommen oder ist die maximale punktzahl wir haben noch 0 crazy normalerweise bekommen wir noch für jeden kleinen krips krams noch teilweise punkte haben wir nicht an stimmel ich das automatisch an das ist ja irgendwie irgendwie mit dem anschalten und so weiter verbunden deshalb habe ich schon wieder den browser vergessen zu schließen jetzt na ja bislang 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 abstand aktive deaktivieren ein zug wird ein kürzer einfahren der aus dem betrieb genommen werden soll sobald er da ist steigen sie ein und bringen sie ihn zurück ins depot dann laufen wir mal dort hin wenn ich habe noch was zum aufdecken hier mit auf dem weg ich bezweifle es war aber garantiert auch nicht alles gesehen und gefunden da war auf den zug dann ja 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 da gehen wir auf die andere seite und steigen hier ein das sind uns hin ok aufstehen muss man nicht hauptschalter die vieren abnehmer auf gleichstrom strom abnehmer auf normal leistungsschalter aktivieren leistungsregler schlier leistungs schalter schließen auf vorwehr das ganze auf manuelle steuerung dann lösen wir die bremse schließe die türen schließe die türen und fahren langsam zum depot während die sonne weiter aufgeht also schon wieder so im sonnenaufgang das ist nachher glaube ich so abendlich und dann fahren wir jetzt zum marseille-saint-charles-depot wir sind jetzt bei 1060 punkten prinzipiell müssten wir ja fast vier züge wenn man das mal so betrachtet ich weiß ja gerade nicht ob wir jetzt hier auch punkte bekommen haben für irgendein kram ähm prinzipiell müssten wir ja fast vier züge bearbeiten um halt hier 4000 punkte zu erreichen wäre schon nicht wenig wäre schon nicht wenig schritt das g für wobei vergleiche ich schon kann es nicht stehen ich muss mich echt nochmal wahrscheinlich mache ich das inzwischen in den feiertagen oder während der feiertage ein bisschen mit den signalbildern und alles was halt auf den südfranzösischen oder auf den französischen strecken halt so an signalbildern oder an allgemeinen bildern zu sehen sind muss ich mich mal ein bisschen mehr mit beschäftigen noch hier war schon zu früh bremsen als zu spät denn wir haben wir quasi direkt beim haltepunkt das rote signal also quasi hier das pinke signal was man so betrachten möchte und das ist glaube ich weiß oder nicht mehr auf 490 punkte wow dieser und punkt so kommen wir hebel wieder auf aus neutrale brem dann halt so das war nicht geplant aber gut dann in phamotus deaktivieren richtungswende neutral dann dann leistungsschalter deaktivieren stromabnehmer senken hauptschalter auf aus dann kommen wir die hilfsbatterie ausschalten gute arbeit dieser zu kann jetzt hier abgestellt werden ihre nächste abgabe ist zum markierten zuzugehen ihn aufzurüsten und dann in den bahnhof zu bringen wir haben gerade mal 1619 punkte die andere seite und dann nehmen wir uns den zweiten zug von den drei die wir am anfang hatten und steigen auch dort wieder ein dann steigen wir auch mal hier ein setzen uns hin und wir uns wieder aufzustellen um die tür zu öffnen die hilfsbatterie anzumachen machen wir die luke wieder zu und dann können wir uns wirklich entsetzen servicebatterie an stromabnehmer nicht auf rettung sondern auch noch mal den leistungsschalter aktivieren den leistungsschalter schließen notbremse halten notbremse rein die neutrale bremse lösen er anziehen dann können wir die notbremse wieder lösen dann können wir die neutrale bremse wieder lösen dann können wir die zugbremse solange lösen bis wir die fünf bar erreicht haben was natürlich auch wieder ein bisschen dauern wird alles einmal so betrachtet haben jetzt 1600 punkte bekommen für einen zug aufrüsten zum marseilla bahnhof bringen und ein von marseilla bahnhof zurückzubringen und abzurüsten dafür haben wir jetzt 1500 punkte bekommen dementsprechend könnte man fast sagen das ganze noch dreimal also wir werden wahrscheinlich diesen zug klar wir werden jetzt diesen zug auch nach marseille bringen ist in den bahnsteig dann kommt wahrscheinlich wieder ein zug mit dem wir dann wieder zurück zum depot fahren dann sind wir bei ungefähr 3000 bisschen mehr als 3000 und dann noch mal einen zug zurück und vielleicht war es das dann auch schon vielleicht ein bisschen mal nochmal zurück zum depot schauen wir mal aber die 4000 punkte haben würden denke ich mal sicher in der tasche haben müssen wir anlegen das sind doch bei etwa 4 bar also eigentlich sind es dreieinhalb bar die war im motto gehen müssen warum auch immer aber gut soll das ganze auf den fahrmodus auf manuelle steuerung wir haben sie lösen dann kommen wir dazu kommen wir jetzt auch lösen und fahren dann in den bahnhof von marseille und das pinke signal zumindest das zwerg signal heißt wohl gelbes signal ok ich weiß noch alle gelbe sind alle signal noch immer scheinmäßig einfach gelb oder vielleicht ist es vorher noch ein dunkleres pink wer weiß jetzt schon ich auf alle fälle nicht halten wir jetzt machen und bringen auch diesen zug auf die strecke prinzipiell aber schleunig ist einfach noch mal ein bisschen in der bahn der bahnhof hinein ok ich kann mich dann noch anders ansetzen muss nicht so zurückgelehnt sitzen man muss jetzt auch gar nicht mal mehr so schreien ich war nämlich so weit vom mikrofon weg dass ich dann doch etwas lauter geredet habe als sonst auch hier haben wir auch noch was zum aufhängen wir wollen doch noch nicht auf diesem bahnstein glaube ich was heißt glaube ich wir haben hier gewesen und haben wir das garantiert mitgenommen auch hier da drüben gibt es auch noch was zum hinklatschen ein plakat in dem fall dann machen wir das doch mal beides zwei punkte zu wenig nicht zwei punkte unter max komm hier müssen wir wieder ausmachen dann legen wir die zugbremse wieder ein bisschen an und aktivieren die neutrale bremse fahrmodus auf aus richtungswende auf neutral dann rüsten wir den zug ab den leistungsschalter machen wir aus den falls den hauptschalter und dann können wir das abstellen wir deaktivieren ein weiterer zug ist gerade angekommen und soll zurück ins depot für die reinigung gehen sie zum markierten zug und fahren sie ihn ins depot stein noch aus und müssen wir hin müssen prinzipiell nach dort wenn ihr noch eben die beiden einer sachen mit dann haben wir das schon mal hinter uns so einmal streckenplan durch eine karte das war die fünf zwölf und dann haben wir hier ein plakat von mit paris paris entreser und dann gehen wir mal hier rüber und geht zum anderen zug den wir jetzt auch zum depot bringen sollen das ist gar nicht der links leben muss der rechts neben uns oder links neben uns der wäre auch da hinten raus der hier kam gerade erst an da bin ich scheinbar auf die falsche traste noch mal gekommen beim laufen ok und dann steigen wir es auch mal hier ein und bringen den zug zurück ins depot in 2427 punkte ok abstellen beenden haupt schalter aktivieren strom abnehmen modus auf gleichstrom abnehmen auf normal heben den leistungsschalter aktivieren leistungsschalter schließen richtungsswender auf vorwärts kombi den fahrmodus auf mangelsteuerung dann bremse lösen lösen nicht anlegen lösen bis wir bei 5 bar sind dann verringen wir die türen und dann kommen wir ja auch schon los ins depot ins depot von marcel st charles also es war schon schon meist mit auf dem sonne die haben wir schon mehr als nur aufgegangen ist diese die märze am aufgehen das meinte ich dieser bereits schon aufgegangen ist aber trotzdem noch man hat immer noch trotzdem dieses nicht dieses ja hell sonne gesehen aber noch so ein bisschen diesen leicht orangenen touch noch mit drin oder ist sogar noch im hochgehen ich glaube das ist noch nie die ist schon die schon oben die ist nachher nur halt in den wolken ein bisschen hier haben wir sie und dann stellen wir auch diesen zug drücken ab und fahren damit diesen zug wieder zurück nachdem wir ihn aufgerüstet haben zum bahnhof von marseille und dann halten wir auch wieder hier etwas mit dem halten wieder ein bisschen früher damit wir nicht so sehr richtung rote signal rauschen irgendwie das signal kann sowohl das pinke kann sowohl gelb als auch rot bedeuten vielleicht bedeutet das auch einfach nur achtsam ich weiß es nicht aber irgendwie muss man noch erkennen können dass es rot ist oder nicht und hier also glatte 500 punkte boah ernst haben schon wieder nicht ich frage mich auf was ich falsch mache komme hebel auf ausbremse anlegen dann die neutrale bremse aktivieren manuelle steuerung deaktivieren richtungswender auf neutral die leistungsschalter deaktivieren den stromabnehmer senken und den hauptschalter ausschalten dann machen wir auch die hülzbatterie aus gut aber dieser zug wird hier abgestellt und später am tag gereinigt dann gehen wir schon mal zurück zum anderen zug naja ist nicht der nächste aufgabe ist es den letzten zug aufzurüsten und fit für die fahrt zu machen sobald er zu vollkommen funktionstüchtig ist bringen sie ihn in den bahnhof dann steigen wir jetzt mal hier ein hinsetzen nicht so ok abstellen beenden hülzbatterie aktivieren den hauptschalter an stromabnehmer wähle auf normal stellen den leistungsschalter aktivieren den leistungsschalter schließen die bremse halten notbremse neutrale bremse notbremse wieder lösen neutrale bremse wieder deaktivieren dann lösen wir die zugbremse wieder bis sie auf 5 bar gestiegen ist dann legen wir die bremse wieder an bis auf 3,5 bar richtungsschalter auf vorwärts fahrmodus auf manuelle steuerung dann können wir die bremse halten wir lösen dann lösen wir die normale bremse auch nochmal und fahren in den bahnhof von marseille fahrmodus auf naja werden wir gleich sehen werden wir gleich sehen wieviel danach noch kommt kann man sich vorstellen dass noch eine menge nachkommt aber werden wir gleich sehen wo ist er auch nice hier das alte häuschen hier noch wo marcel st charles draufsteht und noch ein bisschen graffiti da gibt es echt einen unterschied zwischen pink und pink keine ahnung und dieses weg ist halt auch wieder hier das ist weiß aber es zeigt gelb an bei uns was ich halt eher als grün bezeichnen würde aber gut wie gesagt ich kann mich mit den signalbildern in frankreich nicht aus wie gesagt vielleicht kriege ich das hin dass ich das ganze dann über die dings mache über die feiertage sprich dahingehend eher hauptsächlich dem 24 und 25 am 26 bin ich dann eh wieder zu hause dann lösen wir langsam die bremsen das lösen wir legen langsam die bremsen an das wollte ich sagen 500 punkte blatt nice dann entringen wir die türen lassen die fahrgäste einsteigen haben sie so kommen wir aus das auf neutral sind wir denken bremsen anlegen bis auf dreieinhalb bar neutrale bremsen betätigen manuelle steuerung auf auf aus dann erst eine richtungswende auf neutral den zug aufgerüstet abstellen aktivieren leistungsschalter deaktivieren hauptschalter aus abstellen deaktivieren einzeln kurs einfahren der aus dem rieb genommen werden soll sobald der daten steigen sie ein und bringen sie ihn zurück ins depot also doch wie ich es vermutet habe dass wir drei züge aufrüsten und drei züge abrüsten dafür neuen patch dann laufen wir dorthin und richtigen bahnsteiger und warten dann mal wieder gefühlte stunden bis der nächste zug dann einfährt und die 4000 punkte haben wir schon können daher ist schon mal sicher jetzt auch wieder ein bisschen weit entfernt sehen wir überhaupt schon sowas soweit nicht mal sehen ist aber wenn wir schon auf die andere seite gehen denn weil wir können auch noch mal kurz darüber gehen damit wir auch das plakat hier mitnehmen und aufhängen dann kann man wieder rüber gehen und wir gehen einfach schon mal auf die andere seite nach hinten weil wir müssen vorne einsteigen und steigen nicht hinten ein haben wir schon mal wieder ein paar fliegen mit einer geschlagen haben wir wieder ein plakat dann kommen wir dann mal rüber gehen auf die andere seite wenn wir schon mal der depotdienst haben und sowieso zeit haben dann kommen wir auch hier ein bisschen sachen aufhängen so ne so viel zeit muss ja sein wenn wir nix dann kommen auch von der seite gehen ich glaube wir sind sogar schon relativ gut da wurde erhalten wird acht von zwölf postern ja ich glaube dass ich bei marseille wahrscheinlich und zumindest marseille ist von der prozent von der prozentualen von den prozentualen kollektiven kollektiven am weitesten vorne dann steigen wir mal ein dann steigen wir mal ein und rüsten den letzten zug des morgens ab hauptschalter aktivieren abnehmer modus gleich strom strom abnehmer heben den leistungsschalter aktivieren und schließen richtung ist wenn da vorwärts fahrmodus auf manuelle steuerung zugbremse lösen und die türen schließen und dann wollen wir mal zum depot wieder fahren zum marseille saint charles depot und stellen den zug dann ab und schließen die aufgabe auch ab das ist halt auch so ein gelbes signal was rot äh, also ein gelbes Signal, was uns rechts angezeigt wurde, was halt wieder weiß war. Wie gesagt, das ist meine Hausaufgabe quasi über die, äh, über die Feiertage oder über den Heiligabend und über den ersten Weihnachtstag ist, mich mehr mit den Signalbildern, äh, in Frankreich zu beschäftigen, dass ich sie besser, dass ich sie nicht nur sehen, sondern auch lesen kann. Ähm, gerne, falls ihr dahingehend bewandert seid, könnt ihr auch gerne Erklärungen, egal wie Wall of Textik es ist, in die Kommentare schreiben. Oh. Gut. Wenn ich dann schon mal hier gerade dabei bin, dann nehme ich gleich direkt nochmal das letzte Szenario auf, was wir uns auch gleich nochmal anschauen werden, was es sein wird. Wie legen wir die Bremse noch mehr an? Zack, plus 500 Punkte, nice. Komm Hebel auf, ob das war der Fall, Kerte, komm Hebel auf, aus. Bremse, Bremse, okay, ich wollte nicht Notbremse nehmen, aber gut, zweimal Notbremse von 3, geil. Äh, Fahrmodus aus, Richtungswender neutral, Leistungsschalter ausschalten, Stromabnehmer senken, Hauptschalter deaktivieren und die Hilfsbatterie ausschalten, und dann steigen wir mal aus, mit knapp 5000 Punkten, wir werden wahrscheinlich nochmal 500 Punkte bekommen, ich weiß es gar nicht. Nee, komm schon, mach die Tür zu. Ich kann sie gerade richtig ausführen, ne. Das ist belastend. Dann lassen wir es offen. Ja, war doch ein ganz angenümes, äh, mal zur Abwechslung, mal ein bisschen Depotarbeit, war auch nicht schlecht. Als viertes Szenario. Gute Arbeit, damals sind alle ihre Aufgaben hier abgeschlossen, machen sie eine Pause. Das werde ich, glaube ich, gar nicht machen. Ich werde direkt hier nach, dann, nach dem dieses Szenario abgeschlossen ist, die Aufnahme. Achievement Unlocked, LGV Ready for Service. Ein weiterer System Achievement, ein weiterer System Achievement. Wir sind jetzt insgesamt Level 38, Level 7 in der, auf der LGV Mediterranee. Im TGV-Dubry ist auch Level 8, wir haben 46 Minuten dafür benötigt, 4,9 Kilometer sind wir gefahren, 1,8 Kilometer da gegangen. Wir haben 4,811 Punkte bekommen und eine Goldmedaille. Dann, äh, man sieht schon, das nächste Szenario ist abendliche Fahrten und wir gucken mal kurz rein, was uns dort erwartet. Das letzte Szenario, abendliche Arbeiten, Schwierigkeit 2 von 5, 30 Minuten soll das Ganze dauern. Fahren sie einen abendlichen Zug nach Marcel und versuchen sie Verspätungen durch die andauernden Bauarbeiten zu vermeiden. Eieieiei, Bauarbeiten, das klingt super. Es scheint auch zu regnen. Ähm, ja, das werden wir dann alles morgen sehen. Morgen alles erleben und abbefahren. Und in der Fall, da brauche ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Trains in World 2 Video wieder. Musik 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 Vielen Dank.